Polenböller Test oder Belgienböller Test oder wie auch immer 21 Gramm den Trucker hängen wir jetzt mal auf und dann zünden wir die. So wir haben das ganze jetzt an einen Ast gehängt und zünden das jetzt mal. Ich bin schon gespannt wie laut die Dinger sind. Also die war richtig laut.